Yo liebe Leute, Theo hier. Heute mal ein richtig geniales Thema, wie ich finde. Ich hab's gerade gefunden im Internet, Leute. Und zwar geht es heute um die große Frage, kann man Mario Odyssey durchspielen, ohne einen Sprung zu betätigen? Und jeder normale Mario Odyssey Spieler oder jeder normale Mensch, der Mario kennt, weiß, das ist nicht möglich. Also das kann man eigentlich nicht machen. Es fängt ja schon an im Tutorial, dass man dort diese riesengroßen Blöcke hochspringen muss mit dem Frosch oder nach der Anfangskat-Szene muss man ja springen, um letztendlich Mario aufzuwecken. Aber Leute, was ist, wenn ich euch sage, dass das gar keine Sprünge sind? Da würdet ihr auch erstmal denken, ist der jetzt bescheuert? Nein, Leute, es ist kein Sprung und zwar kann ich's auch beweisen, obwohl da wirklich Springen steht. In der Anfangskat-Szene steht richtig, man solle B drücken zum Springen. Aber für die Leute, die's nicht wissen, es gibt nämlich einen In-Game-Counter, den Nintendo einen eingebaut hat, der die Sprünge für einen mitzählt. Und zwar ganz am Ende im Pilzkönigreich. Gibt's ja Toadette, Leute, die steht da im Schloss oben, bei der man die Meilensteine machen kann, für die man dann immer wieder Monde kriegt, Leute. Und dort gibt es auch einen Jump-Counter. Und der ist das Indiz letztendlich, ob man das Spiel abgeschlossen hat am Ende. Wenn da eine Null steht, dann hat man's abgeschlossen ohne einen Sprung. Obwohl im ersten Moment natürlich das wie ein Sprung aussieht, was Mario da macht, aber es wird vom Spiel nicht als Sprung gezählt, Leute. Und zwar die ganze Arbeit hat sich GameChamp3000 gemacht, ein amerikanischer YouTuber, den ich schon lange verfolge, und auch seine Streams ab und zu gucke. Und der hat halt die Challenge immer gemacht. Ich hab ihn für verrückt erklärt und hab gesagt, das ist unmöglich, Leute. Aber ohne Scheiß, er hat es geschafft. Er hat Mario Odyssey durchgespielt ohne einen Sprung, Leute. Und ich werde euch erklären, wie das funktioniert. Und zwar alles, was von dem Spiel als Sprünge gezählt wird, sind ganz normale Sprünge, Doppelsprünge, Dreifachsprünge, Backflips, Sideflips, Longjumps, Groundpoundjumps, Sprünge aus dem Wasser und auch Sprünge in 2D-Passagen natürlich. Das werden alles als Sprünge gezählt von dem Spiel von ToeDead am Ende, Leute. Also muss man nur irgendwie einen Weg finden, diese Movements zu vermeiden. Die Königreiche an sich sind gar nicht das Problem, denn man kann einfach Cappy schmeißen, auf Cappy zulaufen, und man macht sozusagen einen Sprung. Man braucht sozusagen immer nur ein bisschen Anlauf. Man kann auch so den Cap-Dive machen, das wird auch nicht als Sprung gezählt. Alles, was man halt nicht darf, ist den A-Knopf drücken, während Mario mit beiden Beinen am Boden steht. Und genau das hatte GameChamp geschafft. Er hatte die Königreiche durchgespielt. Da gibt es ja Speedrun-Taktiken, wo man 2D-Passagen oder sonstigen Sprüngen einfach aus dem Weg gehen kann und die Monde einsammeln kann, wo man halt nicht diese krassen Sprünge verbraucht. Dann hat der gute GameChamp 3000 das Spiel durchgespielt, aber am Ende des Spiels stand immer noch, er hatte 29 Sprünge. Dadurch wurde dann ein kleiner Bug aufgedeckt, meiner Meinung nach, den Nintendo dort eingebaut hat. Und zwar, dass jedes Mal, wenn man mit einem NPC spricht, es als Sprung zählt, Leute, weil Mario mit beiden Beinen auf dem Boden steht und den A-Knopf betätigt. Auch wenn er nicht mal springt, Leute, wird der Counter trotzdem um eine Zahl erhöht. Aber natürlich hat die Mario Odyssey-Community auch da wieder einen Trick gefunden, wie man mit NPCs reden kann, ohne dass ein Sprung betätigt wird. Und zwar nach einem Cap-Bounce, kurz bevor man den Boden berührt, einfach mit dem NPC reden und dann wird kein Sprung aktiviert, weil Mario halt nicht mit beiden Beinen auf dem Boden steht. Nachdem der gute Mann das Spiel dann noch einmal durchgespielt hat, erneut mit der neuen Taktik, ist er dann zu Toadette gegangen und Toadette zeigte immer noch einen Sprung an, Leute. Einen Sprung und da fragt man sich, welcher Sprung ist das? Weil es gab halt drei Situationen, wo Mario auf dem Boden lag und man musste ihn mit der Sprung-Taste letztendlich wieder zum Aufstehen bringen. Das war einmal ganz am Anfang natürlich, dann im verlorenen Königreich und ganz am Ende, wo er Bowser besiegt hat. Und jetzt guckt euch mal beide im Vergleich an. Wo, glaubt ihr, ist der Sprung? Ich glaube, man sieht es ziemlich leicht, Leute, und zwar natürlich rechts. Man sieht, er macht da wirklich den klassischen Mario-Sprung und da ist dieser Sprung drin. Und diese Cutscene kann man wirklich nicht überwinden, ohne die Sprung-Taste zu drücken. Und deswegen ist eigentlich die Challenge hinfällig. Aber, Leute, natürlich gab es da auch wieder ein kleines Schlupfloch, wodurch die Community rausgefunden hat, wie man auch diese Sache umgehen kann, Leute. Und zwar ganz einfach, man muss kurz in den Zwei-Spieler-Modus schalten und der zweite Spieler muss einfach Mario hochhelfen, Leute. Und damit ist es geschafft. In der Theorie müsste alles klappen. Und als er dann bei Toadette geguckt hat, zeigte sie tatsächlich null Sprünge an, Leute. Und ja, die News is real. Man kann Mario Odyssey durchspielen ohne einen Sprung, Leute. Das ist doch wirklich krass. Auch selbst bei Kapern, wenn man einen Gegner kapert und da auch springen steht, zählt es nicht, weil nur, wenn Mario mit beiden Beinen auf dem Boden steht und man den A-Knopf drückt, zählt das als Sprung. Und ja, Leute, ich kann es wirklich nicht fassen, er hat Mario Odyssey durchgespielt, ohne zu springen. Und springen ist und wirkt das Hauptelement von Mario. Das nützlichste und das meist angewendetste Power-Up von Mario ist einfach der Sprung. Und es ist inzwischen möglich, Mario Odyssey durchzuspielen, ohne einen Sprung, Leute. Es ist wirklich genial. Und ich dachte, ich muss dazu einfach ein Video machen, weil ich mich für solche Sachen interessiere und allgemein nicht weiß, wie ihr mit der amerikanischen YouTube-Szene bewandert seid. Und ich denke, da hat der gute GameChamp 3000 Meilenstein geschafft, der hat ja auch damals zum Zelda Breath of the Wild die Challenge gemacht, ohne zu klettern, wo er nicht mal aus dem Anfangsschreien letztendlich rausgekommen ist. Aber nach mehreren Stunden irgendwelche Kisten stapeln und so hat er es auch geschafft, ohne zu klettern. Und dieser Typ hat jetzt einfach geschafft Mario Odyssey ohne einen Sprung, Leute. Wenn ihr Bock habt auf mehr solchen Content, solche Art von Videos werden jetzt noch öfter kommen, Leute, dann abonniert diesen Kanal, dann verpasst ihr nichts. Ich bin damit raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss, euer Theo.